um nie noch nicht in Wohlen mit jeder Töcke einfach flogen worten für mich noch was schönes gekauft ist man die Schütze verwenden und das ist nicht gern zu tun ooooh BELL HIPPERPAL gefunden werden yeah äh ich will weiter gehen ach scheiß drauf Scheiß drauf sieht her Schutzt wird nicht mehr ne ich will hm nicht ne ich will hier erstmal weiter lang um und die gehen oben lang hoffen dass der richtige Weg HIPAA Heiler das braucht man unbedingt Schutzwerk nicht mehr brauchen wir nicht jetzt ist doof ich auch toll kommt im Wasser-Pokémon was hat sich ja noch bis heute Schlamm Bomber m um die HIPAA Trank einschmeißen doch das tut ich das natürlich gut verschwunden dort natürlich von aussetzen zur ich habe die vollsten selten eingesetzt habe vorne erreicht der 38 sein die galoppaarou das hört sich gut an das ist heiß und jetzt gehen DIN 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 wow nur Pokémon gegen die ich Probleme hätte mit Formon mhm ich hab nur gebraucht ein paar mich aufwecker ich brauch du hast du ein paar Tränke bist du voll ach hier ach tollen Blender Leber das lohnt sich für mich gar nicht die mussten wir glaube ich kämpfen oh scheiße man ja gut Pflanzentiefe welchen wir jetzt Lennart 38 mach auf andere fühlt sich schon benachteiligt doch toll ich hab gedacht der geht einen Schritt weiter mhm mhm sind und nicht oh ja und nicht und ein Eis Flammrad Flammrad müsste auf jeden Fall killen eh eh raus wo wir uns sein können Mist raus wo wir uns sein können ich weiß jetzt einfach nur ins Bett gehen ne komm mit zum Wander ja das sind die APs voll gut kommt direkt ein gutes Pokémon jetzt wo ich einen Pokémon haben will zum Fangen oh das ist doch äh das ist doch äh das ist auch das Formfliegen wenn ich die Formfliegen ist das kann ich direkt in den Weg dorthin gelangen aber kein Problem Kälte kein Kribbeln nicht kalt auf dein eh gib mir Pokémon guck mir warm dich da meine uah hallo das ist echt äh Dunkelklau äh Golden Paralyseknecht Leben Donnerblitz nicht oh Magma das hört sich auch schön an Kürz sag was du mit zur Verfügung drauf vorst Bärung Level 45 toll diesmal mache ich das so ja ich renne in den nächsten Dreh nachher ja ach nein noch ein Team muss jetzt so so Bärung jetzt 37 von oh was wäre wie stark ist die denn dürfte in einer anderen löskraft weil der stößt trifft in jeden fall wir haben imitator ob es meine sich können wir auf vorne wechseln wir hoffen dass er mit flammrad auch trifft natürlich trifft er zielkloppen geist so kommen und zu kündigen sie mit vorn müsste es das dritte die klinik kann vermitteln mit kirk mit dem wirkund nur nur mehr Tiefel in den Grenzen ist es kennt im Zettort doch toll das war so gut und berühmt wir sind schneller der Volltreffer toll jetzt gleich zu müssen dreist kann uns mal auf gibt es einen eisflug pokémon keine ahnung aber guck mal welches buch kommt die schien willkommen jetzt in unserem team dunkelklaue fünfte k dunkelklaue am liebten wo es zu kommen zu knapp als sturm nicht sehr effektiver man muss zu kommen noch mal den stück kommen um noch mal den Superball danke sie überhaupt nicht direkt halte ich mich wieder ich will mich gern toll mit dem ich wäre viel lieber gewesen Strafe wieder jetzt Scheiss Schnee ich muss nicht links halten um die erste Form zu bekommen hier irgendwo müsste die doch noch gewesen sein nein warum ich so tief im Schnee stecken muss da weil ein unnötig Scheiss Trainer ein Linkseller Käfer Pokémon 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 5 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 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wo sich Eoli entwickelt, der muss hier irgendwo oben sein. Da! Da in diesem Stein entwickelt sich Eoli zu seiner Eisform. Muss weitergehen. Will nicht kämpfen. Drinna, viel zu schwach für mich. Müssen, die müssen wir, glaube ich, kämpfen. Ich habe schon ganz außen gegenseitig, ja. Kilia, oh, Mist, Bockmann, Linke, Beth, tot. Jetzt weiß ich auch, warum Christ und Derbste stärker ist irgendwie. Goldkümpf. Schlumbrombe. Knauschkeitssingung. Komm, wir sinken. Ich hasse... Oh, was ist das, ich kann Kaskade? Nicht auf Risiko spielen. Ich muss sich wohl einen Hypatron rein schmeißen. Lass sich irgendwie... Lass sich irgendwie... Schlammbrombe. Ach! Ähm... Ähm... Ja, Glucara kann's... Andere kann's behalten. Uh... Stärkeufer. Ja, 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 ja. Ich bin langsam, ich weiß schon. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Gucken, was ist es denn? Ne! Jetzt! Jetzt! Hm. Lust. André. Angeberei. Wow, Anruf sinkt. Aurasphäre. Oh, toll. Sehr effektiv. Das Kampf effektiv auf... Ne. Ach, scheiße. Aber glaub ich auf Eis. Ach, dann mach ich für diese Aufnahme auch Schluss. Bis denn. Servus und tschüss.